Wer hätte das gedacht? Norwegen ist das glücklichste Land der Welt. Zumindest leben dort die zufriedensten Einwohner. Das findet eine Gruppe internationaler Experten für den Weltglücksbericht heraus. Das skandinavische Land erobert dabei den Spitzenplatz. Im hohen Norden lässt es sich gut leben. Denn auch die anderen Top-Ränge sind mit Finnland, Island, Dänemark und Niederlande in skandinavischer Hand. Österreich landet auf dem 13. Platz. Direkt hinter Israel und Costa Rica. Auch unsere Nachbarn lassen wir hinter uns. Platz 16 für Deutschland. Aber was genau verbirgt sich hinter dem Weltglücksbericht? Internationale Forscher untersuchen 155 Länder. So wird das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf gemessen, die durchschnittliche Lebenserwartung der Bewohner, die gefühlte Unterstützung aus dem eigenen sozialen Umfeld, aber auch das Vertrauen in die Regierung. Wie die Forscher herausfinden, hängt das Glücksempfinden der Menschen vor allem von den Faktoren Fürsorge, Freiheit, Großzügigkeit, Gesundheit, Einkommen und gute Regierungsführung ab. Die Sicherheit des Landes ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Auf den hinteren Rängen landen die Zentralafrikanische Republik, Afghanistan, der Jemen und auch die Ukraine.